So, wir haben hier unsere Alice und ihre Welten von Paolo. Sie sind jetzt eine Woche alt. Sie sind fünf Jungs und vier Mädchen. Die Kleinen entwickeln sich prächtig. Aber jetzt liebe Mama. Ja. Ich schläft noch in der Vorder. Uiuiuiui. Der Rest ist ordentlich beim Wachsen. Das ist ja voll ein Mädchen. Uiuiuiui. Mein Geschleck. Hübsch Mädchen, ey. Uiuiuiui. . . . Das ist ja nur so, dass ich hier nicht schlaue. Alles. Ja, die Mami, die braucht jetzt auch ein bisschen ein Wellnessprogramm, aber sie macht das sehr gut. Man sieht ja auch die Welpen. Oh, richtig. Vielen Dank.